Abfahrt, gehen wir rein in das Video. Du machst alles fürs Geld. Gehen wir rein. Perfekt. Ohne Ton ist natürlich scheiße. Jetzt gehen wir rein. Man hört nichts. Permaband. So. Moin Moin und rein da. Abfahrt. Abfahrt. Unter Unterbrechung in eigener Sache. Checkt meinen Instagram Account ab. Erster Link in der Beschreibung. Kuss, Kuss. Kuss, Kuss. Ist denn der Quack? Ist denn der Quack, Chat? Sonschein, Liebe für die Zehn zum Naschen. Edis hat seine Cam weggemacht. Cam und Mikro auch weg. Edis hat ein bisschen weniger Kraft vielleicht, mein Freund. Okay? Oh, nee, nee, die Zeit. Edis, bitte. Road to 14. Edis, bitte. Edis, die Zeit. Edis, die Zeit. Ich glaube, das war die 2 vs 2 vs 2 Challenge von Illy Geller. Die ist so lustig. Die haben ja gerade auch eine Wind Challenge am Laufen. Ich glaube, bis jetzt läuft das nicht so gut. Ich hatte das die ganze Zeit an. Seitdem Illy Geller live ist, habe ich seinen Stream an. Nehmen bei. Aber jetzt sind die offline. Um 9 Uhr, glaube ich, sind die offline gegangen. Oder 9.30 Uhr ungefähr. Ich glaube, die schlafen jetzt. Und da kommen die später wieder. Dann werde ich direkt wieder einschalten. Also, die Challenges mit Micky, Danny. Also, Solution ist so lustig. Und dann, oder diese 12 vs 2 Challenges mit Musti, Eldos, Edis oder Edis. Edis? Ist hier wirklich Leute, die Edis sagen, habe ich auf TikTok gedacht. Edis, die, ja, mitzocken und mal spielen nicht können. Und dann, und dann, wie Micky dann, äh, Solution dann lacht. Das feiere ich. Ich feiere seine Lache. Und die ist, äh, Quarko. Das feiere ich auch mit dieser... Der hat sich einfach eine Maske geholt. Bitte. 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 Er schlägt diesen Tumpfball, Bruder. Es ist nicht so... Es ist nicht so... Aber der Baum stirbt. Es ist nicht so... Okay, okay. Das ist ein Walrus. Das ist interessant, Bruder. Nein. Ja, ja, das ist... Hey, was ist jetzt los? Ey, Kevin, ganz kurz. Och, Digga, was geht ab jetzt? Hey, was passiert jetzt eigentlich? Das ist mein Vater, der ist öfter hier. Mein Papa, wieso antwortest du nicht bei WhatsApp? Papa, komm doch von der Wand runter. Das sieht so schlässig aus, Bro. Warum können wir das nicht? Ey, das ist normal beim Bowdern, weißt du? Ja, okay, okay. Teil des Sports. Das passiert ab und zu. Also, Klettern, also so... Das da kann ich überhaupt nicht. Habe ich nie geschafft als Kind. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Äh, ne. Schaffe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie das geht. Keine Ahnung. Ich habe die Leute nie verstanden, die das geschafft haben. Ja, okay. Eine Stunde würde ich noch machen. Oh! 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 Oh. Oh! 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 wenn du das komplett ist was meinst du mit zwei? ja dass ich die f*** kommen kann das sind so viele frage zwei millionen na gut rechnest nicht mit ne? das sind schnelle BANDY DINGER Mike Tyson war mein Vorbild alter Amigo du siehst hier vor meinem Laden naja und weißt du was wenn ich will kacke ich hier morgen vor dem Laden was willst du machen? geil geil super machs gut alter er ist gestorben oh mein Gott oh mein Gott ja ja haben die euch nicht erschrocken? naja guck mal oh mein Gott ja oh ja perfekt läuft dann hast du aber trotzdem schon mehr als ich kommt das jetzt nochmal? das ist nur ne Frage der Zeit bis die Nachbarn mich richtig verflore und das wird passieren das wird passieren und deswegen heute werde ich ganz sachlich und normal mit den wie sag ich mal Mates von mir kommunizieren auch mal ja das war die Armung ausrunde falsch beschulden oder irgendwie mal Imposter irgendwie mal wieder random komplett ja 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 ganz sachlich und ganz ruhig wie immer wie der es immer macht und jetzt eine Minute später kommt jetzt rausgewählt werde ne also da würde ich jetzt heute wirklich ne ehrlich sachlich ich bin ganz auf einer sachlichen Ebene werde ich mit denen diskutieren es ist nur ein Spiel es ist nur ein Ass ey Eli kommt aus Klinik obwohl er gar nicht reingegangen ist ja ganz guck jetzt guck jetzt guck jetzt die Zündschnur die Zündschnur ist jetzt richtig kurz und die wird gleich explodieren die Bombe sachlich warum fehlen mich denn schon drei Leute ich bin ganz auf einer sachlichen Ebene werde ich mit denen diskutieren Moin Hi Warte richtig ja so ist das genau ich wollte dich ursprünglich ärgern und sagen bist du nicht geschossen? ja ja sieht der Chat halt immer gut dass es nicht gemacht ist nein lassen sie das lassen sie das bitte lassen sie das was denn ich spiel doch nur ein Instrument das gehört alles zur Rolle ja tatsächlich ok ich bin da ja gucken ob es das geworden ist du bist gar nicht drauf dann war es der falsche Moment komm wir machen nochmal dann nur Patrick ok hi hey du redest richtig also das ist Stimme und Cosplay machen viel aus was für ne Stimme also das gehört doch zur Rolle oder ist doch bei der Stimme was auszusetzen ja das gehört also ich hoffe das gehört ja zur Stimme hi du musst leider um halb zur Karriere danach vielleicht wenn es wirklich wichtig ist dann wartest du ne Stunde es tut mir so leid aber aber er hat sogar Adam gesagt na jetzt tun wir das wirklich voll leid mein armes Herz er hat ja auch wirklich Adam gesagt oh Termin wurde abgesagt danke gell tschüss gerne ne 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 das habe ich euch nicht erzählt ich war spazieren mit meinen mit den Kids dann wollte ich den Kids hab ich denen so die Aussicht auf Madeira gezeigt wir waren so wir waren so spazieren quasi wir waren grad hinter mir und ich drehe mich so und ich sag so ey Chat guck mal da in die Berge und Chonka guckt mich so an und so was hast du grad gesagt und ich hab zum Chat auch schon also ich hab auch schon zu Chonka Chat gesagt wollte aber eigentlich Schatz sagen mhm 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 was bedeutet das Kennzeichen CK 500 äh CK aus Respekt zu Commander Krieger und 500 äh der Schein den ich am liebsten in meiner Tasche hab simpel zusammengesetzt Sippen Sippen komm zurück nach Hause Oho Oho Guckt ja mal in den Streamen digga und lacht einfach das ist voll racist digga ey come on was ist denn so hier was ist denn so was ist denn so ey oh mein Gott oh mein Gott was was schreib ich ihm privat ich schreib ihm nichts privat ich schreib ihm nichts privat ich schreib ihm nur Bananen Emojis OHHHHH BANANEN EMOGIS OH MEIN TICK EY CAP äh Amu wie heißt die Währung in Südafrika äh Afrika Dollar nein das ist aber am Rand Afrika Dollar ähm Ja was ist geil denn Bananen ist äh aufwendig das geil Passu oder also du machst crazy ja 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 echt los 3 4 5 jetzt zählt er und versucht wach zu bleiben und zu zählen 12 13 11 19 er schiebt schon so warum auf englisch 24 22 so ist Chef Strobel wählen den Stream jetzt das ist sein normaler Modus so vom Nuscheln her und von der Energie das ist so in dem Modus geht Chef Strobel immer live so haut er den Stream an normaler Valorant minus 20 LP defuse 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 vielleicht true love setz den hoodie auf ich lauf durch die Nacht hast du diese Community so sehr auch die weibliche tschüss alle ja 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 geile lustige Videos dabei Clips dabei ja gesagt ja perfekt und danke fürs Zuschauen und Bis zum nächsten Mal.